Halli Hallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Spenden Update. Diesmal für den April 2021 und die diesmonatige Spende kommt vom lieben Thomas aka Realistic Yu-Gi-Oh! Und was uns der gute Thomas hier diesmal ins Paket gepackt hat, das erfahren wir nach dem Intro. Ja meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, ein paar Wochen ist es schon her, das letzte Video, drei Wochen ungefähr, jetzt relativ knapp. Ihr wisst, manchmal verlässt mich so ein bisschen die Motivation, sie ist auch noch nicht wirklich da. Aber naja, ein Spenden Update ist auch immer monatsabhängig, das heißt ich muss es in dem Monat produzieren, wo die Spende eintrifft. Und da sich der April dem Ende neigt, hau ich das Brett jetzt hier mal raus. Es wird recht kurz werden, da wir den Bulk größtenteils weglassen. Hier die Übersicht dessen, was der gute Thomas uns zugesendet hat. Mega coole Sache, zu den umgedrehten Karten kommen wir gleich. Die sind nämlich relativ viel wert in Anführungszeichen. Wir haben hier die Fremdenführerin aus der Unterwelt, aus, ich glaube, Dual Power war es oder Dual Overlord, ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, Dual Overlord muss es gewiss sein, keine Ahnung. In einem dieser beiden Sets war die auf jeden Fall als Oversize-Karte drin. Sehr coole Geschichte. Dann haben wir noch Würfel mitbekommen, hier vielleicht erwähnenswert der KC-Würfel, der war ja recht Shortprint, der ging auch irgendwie 15 Euro am Anfang. Wie viel der jetzt aktuell geht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber der wird auf jeden Fall in nächster Zukunft auch ein bisschen mein Background sozusagen schmücken. Dann haben wir hier noch ein Pack mit, ja, ich glaube, den ganzen restlichen Würfeln, die in dem Set vorhanden waren. Eine Menge Common und Rare Bulk. Und hier noch drei Rares, die ich halt recht cool fand. Das ist einmal der Chaos Imperator Drache. Die Chance, dass der vielleicht irgendwann mal 1, 2 Euro geht, ist tatsächlich recht hoch, da das einfach ein Fan-Favorite ist. Und dann haben wir hier noch den beschworenen Corcutus und den Magellantia, was auch zwei relativ coole Rares sind. Damals sind Fusion Enforcers als Secret Rares rausgekommen. Sehr cool, hier haben wir dann noch einen anderen Stapel, durch den wir durchgehen. Das lassen wir mal weg. Und wir kümmern uns jetzt erstmal um diese Karten hier. Das ist so der kranke Shit, der hier dabei war, sage ich mal. Und ja, ich öffne das Ganze jetzt nicht direkt vor der Kamera. Warum mache ich das nicht? Ganz einfach, weil ich Spenden immer auf Videotauglichkeit überprüfe, weil manchmal kriege ich einfach bloß eine Kiste mit Comments. Und das zeige ich natürlich nicht auf YouTube, da ich meine Abonnantschaft halt nicht langweilen möchte. Es gab mal eine Zeit, da habe ich sehr viele Spenden bekommen, habe sehr viele dieser Videos gemacht. Und in der Regel erwarten uns den Spenden keine 100-Euro-Karten, sondern halt eher sowas hier. Und da haben sich die Leute gelangweilt gefühlt und haben deabonniert. Und um dem vorzubeugen, überprüfe ich diese Spenden meistens vorher. So, die ist allerdings definitiv videotauglich. Wir fangen mal mit der ersten Karte an. Und das ist die Harpien-Parfümeurin. Die war OVP, die habe ich mittlerweile ausgepackt und hier in die Sleeve gepackt. Und die ist tatsächlich 3-4 Euro wert. Dachte ich gar nicht, dachte eigentlich, das sei ein Cent-Artikel. Aber nee, das ist tatsächlich, ja, doch eine recht spielstarke Karte, vermute ich mal. Ich denke halt mal, dass deswegen die Karte so viel wert ist, in Anführungszeichen. Natürlich auch ein Fan-Favorite, ist natürlich ein geiles Thema. Und ich könnte auch schwören, dass die hier wieder zensiert wurde. Das wird hier wahrscheinlich im OCG Nacktehaut sein. Genau, das ist schon mal die erste Karte. Dann geht es weiter mit dem Dunklen Magier aus Maximum Gold. Ich glaube, da geht es direkt mit 7 Euro los bei dem. Und der ist auch wirklich gut von der Condition. Wir wissen ja, dass die Magu-Karten, die Maximum-Gold-Karten, häufig so komische Punkte drin hatten. Das hat er hier überhaupt nicht. Sehr cool gemacht. Natürlich haben wir auch hier diese komischen Schlieren an der Seite. Das ist einfach produktionsbedingt. Das heißt, diese Karten sammle ich trotzdem. Viele bezeichnen die Karten deswegen als unsammelbar. Ich persönlich sage, wenn es eine Karte halt nicht anders gibt, genauso wie es kaum rar in Ghost ohne Printlines gibt. Ich meine, ich habe auch einen oder zwei, aber das war ein langer Weg, bis ich die bekommen habe. Solange es eben keine Alternative gibt, sage ich mal, muss ich die halt so sammeln. Wer die ohne Printlines haben möchte, der holt sie sich aus dem OCG. Da haben sie keine. So, ich habe das Original-Set auch. Also aus dem OCG damals. Genau. Der hat ungefähr einen Wert von 7 Euro. Dann machen wir weiter mit dem Golden Lord. Auch hier sehr cool. Also muss ich echt sagen, das hätte er auch verkaufen können. Also muss ich sagen, wirklich, wirklich großzügig. Da wären locker 20, 25 Euro drin gewesen. Also schätze ich jetzt mal. Der müsste auch irgendwo bei 7, 8 Euro liegen, denke ich mal. Also der war ja als Secret war der mal kurz über 100 oder so, richtig heftig. Und ich finde halt auch, dass der besser aussieht als der Secret Rare, endlich, weil, naja, der Golden Lord, das ist erstens im Namen, zweitens ist er hier alles recht golden vom Ton her. Und dann eben noch mit dieser Rarität, das sieht einfach Ultra Bombe aus. Sehr, sehr cool. Und last but not least, mein Herz ist so geschmolzen, als ich die Karte gesehen habe, haben wir hier eine Apolusa im Alternativen Artwork. Und ich muss eins sagen, Leute, es gibt ja immer dieses Für und Wider, was ist jetzt besser, das Alternative Artwork von IP Mascarena, das in der Prismatic Art Collection rausgekommen ist. Habe ich übrigens gezogen in Prismatic Secret Rare. Einfach mal das Video abchecken. Müsste, glaube ich, das vorletzte Opening gewesen sein. Oder die hier, und ich muss sagen, doch, die sieht tatsächlich besser aus. Ich habe im Opening, glaube ich, gesagt, dass IP Mascarena besser aussieht als Apolusa. Das möchte ich jetzt aber, nachdem ich beiden nochmal in der Hand gehabt habe, revidieren. Also die sieht einfach unglaublich schön aus, wie sie hier in diesem Wasser kniet, mit dem Bogen und dem Mond hinten dran. Da bleibt das Originalartwork tatsächlich weit hinter zurück. Übrigens lustig, ne? Wir haben hier Rare, den Spiegel des Drachen, als Gold-Klettered Rare, und da hinten noch Stark Revelation 4. Passt gerade, sehe ich. Genauso, das waren die teuren Sachen, die hier dabei waren. Also die ich zumindest so aus dem Kopf raus wusste, dass sie einiges wert sind. Vielleicht findet sich hier drin auch noch was, wo ich gerade gar nicht auf dem Schirm hatte. Könnt ihr mir ja mal sagen. Wenn ihr da was seht, dann gehen wir jetzt einfach mal durch. Dann haben wir hier noch eine Beatrice. Da dachte ich ja auch, dass die vielleicht den einen oder anderen Euro wert ist, aber die geht halt nur 10 Cent oder so. Ein 10er wollte ich schon fast sagen. Genau, Doppel-Avatar-Ammächtigter Kongio. Also ist auch cool. Einfach eine Booster-Holo aus Phantom Rage. Sehr schön. Ja, und da haben wir halt so ein bisschen Holo-Bulk aus Dual Overload. Short Orthros. Hier aus Genesis Impact, genau. Drytron ist sowieso ein richtig geiles Thema. Wie findet der Super Express Schnellzug in Colorful Ultra Rare mit grüner Schrift? Auch nice. Weißer Rosendrache, eine absolute Schönheit, muss ich sagen. Also der hat mir schon in Super Rare mal so gut gefallen als Promo. Aber da war die Print-Quali ja so scheiße, dass du kaum einen ohne Silver Ring gefunden hast. Genau, die hier waren alle zusammen mit dem Avatar in so einer Penny-Sleeve. Genau, Todfeind-Schirm und so. Die Todfeinde sind auch cool. Vor allen Dingen der Schirm gefällt mir sehr gut und der grüne auch. Aber der Schirm ist meiner Meinung nach der beste. Mega cool, genau. Ja, auch ein paar OC-Sachen, auch aus der Plasmatic Art Collection. Die hat der gute Realistico-View aufgemacht und hat tausendmal besser gezogen als ich. Ich will nicht spoilern, aber schaut euch mal sein Video an. Hier haben wir vielleicht noch was Interessantes. IP Mascarena. Auch ziemlich cool. Die ist ja bei uns zensiert. Wo ist die Zensur, fragt man sich. Nein, das sind diesmal, glaube ich, gar nicht die Brüste, sondern es ist hier, seht ihr das, wo es unten Richtung Dose geht. Hier am Schambein. Das ist ein bisschen stärker angedeutet als bei uns. Bei uns ist das ein bisschen verwaschener, sage ich mal. Dann haben wir hier noch ein paar Goldletter-Dress, okay. Genau, also da sind auch ziemlich viele schöne Sachen dabei. Zum Beispiel das hier, Dragon Knight Draco Exquisite. Leider Gottes für meine Sammlung nicht zu gebrochen, weil der hier oben einen silbernen Punkt hat. Ihr wisst, ich bin ziemlich kritisch. Von den OVP-Packs habe ich, glaube ich, auch noch irgendwie 5, 6 oder gar 10 Stücke oder so. Ich glaube, neben mir im Schrank habe ich sie, glaube ich, liegen. Auch ziemlich cool, aus der Collection 7. Da ist auch noch eine gute Karte, haben wir auch gezogen. Ash Blossom aus der Prismatic Art Collection geht auch tatsächlich 1, 2 Euro hier in Super Rare aus dem OCG. Ist also auch nicht schlecht. Dann haben wir noch eine Menge an Premium Gold Rare Stuff bekommen, was auch mega cool war. Sudiak Drachzak sieht mega cool aus. Nummer S, 39 Utopia, zweimal Cosmo statt Polymerisation. Auch ein absoluter Klassiker, die Karte. Eine Rangsteigerungszauber, wer den Anime gesehen hat. Anti-Zauber-Pfeile, Artefaktor und Ginos Ganze war auch eine sehr gute Karte. Elemental Stratos im alternativen Artwork. Sieht nicht so gut aus wie das Originale, wie ich finde. Da kommt nicht so wirklich Heldenfeeling auf. Aber, ähm, durchaus Potenzial, die Karte. Oh, die ist cool. Das ist so eine Karte, die finde ich wieder mega schön. Das Küchen Drachenmädchen. Wirklich eine tolle Karte. Oder hier Geisteschnitter und Winterküschbüte. Zweimal meine Lieblings-Ghostgirl. Super Polymerisation. Himmelsjäger Askar Gari. Fremdführer nach der Unterwelt im alternativen Artwork. Super Polymerisation. Der Chaos Drache Liviania, Leute. Das ist ein Augenschmaus in der Rarität. Holy moly, ne? Also, als ich den in der Hand gehabt habe, das ist ja mein erster hier. Ich habe, wie gesagt, nicht so viel davon. Genauso wie von Ghost from the Past habe ich noch gar nichts. Noch keine einzige Karte. Weil ich einfach nicht einsehe, mir das Set zu kaufen. Lohnt sich kaum. Und weil ich halt sehr viele teure Einzelkarten zur Zeit investiert habe, habe ich dafür nichts mehr übrig gehabt. Jetzt werde ich mir demnächst mal auf jeden Fall Bullkrank kaufen von Ghost from the Past. Genau, Cyberdrache und Endlichkeit. Dann nochmal das alternative Artwork. Sind beide sehr schön, aber das Original ist immer noch besser. Und genau. Und zweimal ewig infernales Druckbild. Die war ja auch mal aus dem Original-Set. The Shining Darkness extrem viel wert. Dürfte jetzt immer noch 5-6 Euro wert sein aus dem Set. Hier aus Magoo jetzt nichts. Aber trotzdem sehr coole Karte. Und ist natürlich auch wieder eine Möglichkeit, für die Leute an die Karte zu kommen, die hier nicht so einen dicken Geldbeutel haben. Ja, das war es auch im Prinzip schon wieder mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich nochmal ganz, 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 ganz stark beim lieben Realistik Yu-Gi-Oh a.k.a. Thomas. Sein Link ist in der Videobeschreibung. Sollte ich ihn vergessen reinzupacken, das tue ich ja recht gerne. Dann erinnert mich bitte daran, dass ich das nachträglich tue. Auch der Link zu unserem Discord-Server. Wir sind mittlerweile über 100 Leute. Findet ihr in der Videobeschreibung. Wäre mega nice, wenn ihr da draufkommt. Und wir ein bisschen plaudern können. Wie gesagt, ich bin da gern mal mit am Start. Und können mal ein bisschen quatschen, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr traden, kaufen, verkaufen wollt. Händler sind dort gern gesehen. Also ihr dürft da euch austoben auf diesem Discord. Genau. Wir sehen uns dann zum Spenden-Update, falls denn was reinkommt, im nächsten Monat im Mai. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.